Nummer 5. Kompaktes Klimagerät ohne Außeneinheit, mit Wärmepumpe und Ökogas R32 ausgestattet mit vier Funktionen, kühlen, heizen, entfeuchten, lüfter. Dank der Inwater-Technologie sorgt dieses Klimagerät für maximalen Komfort in allen Jahreszeiten bei geringem Verbrauch. Sehr ruhig, mit integriertem WLAN. Kompakte Größe, sie hat eine Dicke von 20 cm. Automatische Oszillation oder anpassbare Klappenposition. Beleuchtetes Display, kann bei Nacht deaktiviert werden. Digitale Fernsteuerung, programmierbarer Timer. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 4. Standklimagerät ohne Außeneinheit, mit Wärmepumpe, Energieeffizienzklasse A. Es lässt sich einfach und in kurzer Zeit installieren, ist praktisch und intuitiv in der Anwendung. Mit Doppelfunktion, heiß und kalt. Nur zwei Löcher an der Außenseite zur Montage, ein externer Motor ist nicht mehr notwendig. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Klimaanlage, Luftentfeuchter, Ventilator und Wärmepumpe. Ideal für eine Umgebung von etwa 90 Kubikmetern. Es hat eine Höhe von 55 cm, eine Breite von 93 und eine Tiefe von 24. Ohne Außeneinheit mit elektrostatischem Filter mit Aktivkohle, antiallergisch, antibakteriell. In der Klasse A+, mit erheblicher Energieeinsparung. Sehr leise, einfache Installation. Nur zwei Löcher in der Außenwand mit einem Durchmesser von etwa 16 cm, die außen mit Kunststoffgittern verschlossen sind. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Standklimagerät ohne Außeneinheit, mit Inverterfunktion warm und kalt. Integriertes Wi-Fi, Energieeffizienz Klasse A. Einfache Installation. An der Außenseite des Gebäudes befinden sich nur zwei Gitter für Luftheil und Auslass. Multifiltersystem mit elektrostatischem Filter und Aktivkohlefilter. Sehr leise. Das Klimagerät ist mit Lüftungs-, Entfeuchtungs- und Schlaffunktionen ausgestattet. Mit Fernbedienung zur Steuerung mit dem Smartphone. Ausgezeichneter Artikel. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Klimagerät ohne Außeneinheit. Ausgestattet mit Kühl- und Heizfunktion. In der Effizienzklasse A. Wandmontage oben oder unten. Ausgestattet mit Fernbedienung und Olympia-App zur Steuerung mit Smartphone. Sechs Betriebsarten. Kühlen, Heizen, Lüfter, Entfeuchter, Schlaf, Automatik. Energieeffizienzklasse A. In der Verpackung befindet sich ein Bausatz für die Montage. Ausgezeichneter Artikel. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon.